Wir kommen zu unserem nächsten Let's Play, ich bin's Kira. Ich bin's ey, also... Wir haben jetzt schon so ein Warten gefunden, das haben wir auf Spring gemacht. Weißt du wohin wo? Lauf einfach nur durch. Nein, wir brauchen noch die andere Hälfte. Ist das sie? Auch offen. Da ist es. Mit der Hälfte. Was, ey? Deine Mutter neben mir. Das ist spannend, ey. Hast du Bock? Ich denke schon. Du musst das miterleben. Du musst zu uns kommen suchen und spielen, Herr Scherz. Nein. Guck mal, ne? Das... Lauf schon her. Ah! Geh einfach nach unten. Geh einfach nach unten. Oh! Geh einfach nach unten. Oh! Spring! Ah! Spring doch! Oh! Ah! 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 Okay, es bleibt spannend. Soll ich Zandra auch? Ne? Sandra auch, ne. Nein, nein. Gleichzeitig. Ah! Es bleibt spannend, Leute. Wo ist das andere jetzt? Ja, wenn ich das wüsste, ich glaube ich nicht gut. Da oben ist dann aber egal. Egal. Hahaha. Kein Spaß mit. Hier war ich doch schon. Oder hab ich falsch geguckt genommen? Ja. Ja, da wollte ich wieder den Berg hochgehen. Ach so, geh auf zurück? Da will ich hochgehen. Nein, da waren wir doch schon, oder? Nein. Nein? Nein, da war es auch schon. Gut gesehen. Das ist so komische. Aber das sieht hier. Das ist die Kiste. Nein, du bist schon weit. Das ist die Kiste. Das ist die Kiste. Nein. Ja, sauber, da ist die nächste Kiste. So, einfach nur durch. Scheiße, doch durch. Mach irgendwo hier runter, die werden sterben. Ja, ja. Bulli, ah, Bulli. Weitete nochmal, da, da, da. So, boah, boah, ne? Es bleibt spannend, Leute. Also, ähm, andere Seite ist, glaube ich, die erste, die andere. Ach so, jetzt schon müssen wir kombinieren, jetzt. Voll kompliziert, ey. Also, wir müssen erst kombinieren, kombinieren. Genau, dann könnt ihr das erst mal. Boah, das ist gerade eine Aktion. Sehr geboten. Tü, 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 tü. Mhm. Hallo, siehst du? Okay, guck mal, was hier drin ist. Äh, was ist da noch? Yeah. Money, money, money. Können wir wieder schön tü. Da ist kein Zombies mehr, ey. Ich weiß nicht, ob ich spiele drin. Also, ne, noch keine Musik? Nee. Also, ruhig, ich hab Angst, wenn du ruhig bist. Nein, ich tue Musik und was von mir, aber trotzdem, hier ist es mir zu ruhig. Keiner, der mich umbringen will. Gitzel. Äh, ja, wir wurden gerade zum Essen gerufen, aber wir machen das dann eigentlich zu Ende. Und fangst mir auf! Besser, besser. Ah, was war das? Macht lieber, lieber, lieber. Macht lieber, lieber. Oh, tschau, Leute. Wer ist da? Du gehst nach vorne. Oh, wow. Es ist die Corona. Ja, das ist der Korre. Ah. Keine Zeit. Für eine Matrone. Warum muss auch was denn? Scheiße, warum ist das Matrone? Ja, wo das Ding noch verworfen hat? Na, da. Oh, das ist schon getetet. Mann. Ja, das ist sehr fest. Das war auch immer gut. Sauber. Weh? Ja. So. Das ist schon ein bisschen mehr. Ja, und das ist ein Patronen. Ja, das ist ein Patronen. Guck mal die Kissen. Davon war auch einer. Boah. Uzi, egal. Uzi ist blöd. Nee, das ist aber auch einer hinter dir. Ja, hinter mir noch einer. Ja. 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 Ich bin wieder da. Ja. Ja, du. Und jetzt? Warte mal. Ja. Oder dich? Was ist denn? Ja. Ich bin lieber Uzi. Uzi haben wir mehr als ohne. Amone 41. Aber nicht zu viel Schießerbein. Oder nicht zu wenig zu schießen wie möglich. Das ist nur. Ich bin auf den da. Ah. Überleben echt. Erste Hilfe? Nee, lieber grüner Kraut. Erzählfender. Ja. Ja. Scheiße. Mann, Mann, Mann. Ja. 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 Ja, wir müssen noch ein bisschen. Ich weiß, wir müssen erst mal noch mal. Ja. Ja. Ja, geht noch mehr Fall. Ja, geht noch mehr Fall. Aber wir fallen vorbei. Ja. Wir fallen schon mal mehr Fall. Ja. 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 Schau, 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 schau Beigeabung Oh, die Zwischenmacht ja die haben wir noch ein paar Sachen ein kann sein dass wir nachher wenn ihr guckt auf einer anderen Stelle um plötzlich sind weil wir den Speicherpunkt suchen also nicht wundern ich dachte mir lieber schon mal vorher weil wir das Video auch gleich beenden müssen deswegen und wir jetzt keine Videos mehr heute machen ja oder doch je nachdem ich weiß es ja nicht wir wollten auch noch Pokémon weiter machen ich hab das auf das Bekommen ich höre irgendwie Hallo? Du sollst mal mit Pistole jetzt oder? so wie die eine Gegner raus sind guck mal was kann ich sagen wo Pistole? ja ruhig schicka das Automall ist jetzt einfach nicht auskonten ja das ist alles gut so wieder oh was passiert hier? jetzt machst du ok wir machen jetzt hier einen kleinen 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 Klapppitz jetzt Ende ich hab mal weil ich hier noch ins Haus rein, das meistens speichert, ach wir sind jetzt, weiß jetzt wo wir sind wir müssen jetzt glaube ich jetzt ok, ich denke ich mir mal ok wir wissen dann auch schon, die Stelle müssen wir nicht zeigen wo wir speichern, jetzt kennt ihr ja hier alle alles sonst kennt ihr ja alles hier oder auch, tschüss ne warte mal, bis zum nächsten Mal